wir sind ja schon auf wir sind ja schon auf aufnahme ja moment ich hänge das gerade mal hier hin den kopfhörer und mache hier mal den verstärker leise es ist oft mal so dass die leute sich sagen okay ich möchte jetzt mal richtig guten sound haben ich möchte also kopfhörer haben die da nehme ich ein paar hundert euro in die hand und möchte wirklich mal jetzt einen gescheiten kopfhörer kaufen den ich auch für die nächsten jahre hören möchte und ich möchte da wirklich so weit wie es geht an den live haftigen sound haben und das soll wirklich toll klingen und so weiter und so fort und die verlassen sich dann oftmals leider nur auf das was im internet steht oder was in irgendwelchen tests hier auf youtube irgendwelche videos und so weiter was da dann angeprangert wird möchte ich fast schon sagen ja also was da empfohlen wird und bestellen dann blind links ohne vorher wirklich selbst gehört zu haben irgendein kopfhörer modell wo halt eben die rezession passen wo die meisten leute sagen ja super bass fetter bass tiefer bass bass ist es allerwichtigste der ganze anerkram ist uninteressant für viele leute hat man zumindest den eindruck so und dann bestellen die sowas und sind dann oftmals schwer enttäuscht schicken das ding zurück schreiben eine schlechte rezession über das teil obwohl sie überhaupt keine ahnung haben war an was es jetzt gelegen hat warum jetzt der kopfhörer x und y vielleicht nicht gescheit geklungen hat ein schönes beispiel ist immer und weil ich weil ich selber habe einfach und auch schon früher hatte ein schönes beispiel ist einfach dieser akg k701 ja der damals als der rausgekommen ist weiß ich nicht mehr 2005 oder was oder ich hatten ich hatte mir besorgt damals gebraucht hatte ich damals gekauft genauso wie den jetzt hier ich hatte meinen damals dann wieder abgegeben weil ich habe dann die kopfhörer geschichte mehr oder weniger aus den augen verloren oder aus den ohren verloren bin dann doch wieder mehr auf die hifi anlage mit klassischen lautsprechern übergegangen wieder zurückgegangen und habe dann den kopfhörer nicht mehr benötigt dachte mir naja bevor er jetzt nur im schrank rum steht irgendwie verkauf ihn habe ich wieder gut weiterverkaufen können weil das ding ist einfach geil und vor ein paar monaten dachte ich mir eigentlich könnte es dir mal wieder dafür sorgen dass du auch kopfhörer mäßig weil hifi anlage ist kein problem ist alles da klingt super aber du möchtest auch mal wieder kopfhörer hören können ohne dass du jetzt hier so ein krawall veranstalten musste die nachbarn aus dem bett fliegen oder was weiß ich was außerdem habe ich ja hier noch ein kater rumrennen und der möchte auch gerne mal seine ruhe haben und da immer dann über die lautsprecher so eine laute musik hören ist vielleicht nicht die ideale idee deswegen dachte ich mir okay und dann habe ich mich so besinnt habe ich mich besinnt so acht damals der akg 701 aber doch klasse dann könnte ich mich wiederholen aber warte mal langsam machen wir ein paar tests vorher also bin ich los und habe diverse kopfhörer getestet ich kenne ja auch kopfhörer schon seit ja seit ewig irgendwie seit ich mich mit dem thema hifi befassen also die ob das jetzt die grados sind ob das jetzt die audiotechnica sind ob das diverse nicht alle bei weitem nicht alle aber diverse stacks modelle sind ob das jetzt ultrasounds sind oder ob das jetzt die sennheiser 600 800 650er bayern dynamik dt rauf und runter 880 und die kenne ich eigentlich alle ziemlich ganz gut ich war damals auch in so einem so eine art kopfhörer club drin kann man sagen das war aber noch zu meiner berliner zeit und da hat man sich immer getroffen und hat dann eben lustig kopfhörer tausch gemacht sozusagen da und hat da mal hier rein hier gibt man den her okay interessant gut nicht schlecht da hast du wieder so ging das dann immer so rum aber irgendwie bin ich auf dem k 701 dann hängen geblieben ja und das sage ich nur deswegen dass ich mir dann halt wieder diesen k 701 gekauft habe vor ein paar wochen paar paar monaten und habe halt auch viel rum recherchiert weil ich wollte ja ein haben aus der alten serie sozusagen made in austria und habe dann was gefunden was wirklich top war ohne irgendwelche also top zustand super preis also geschenkt kann man fast sagen für das was ich da bekommen habe habt dann halt auch noch zusätzlich zeige ich euch das bild jetzt mal hier das blende ich euch ein diesen kopfhörer verstärker dazu gekauft das ist ein rega ihr den habe ich allerdings weil er von hause aus nicht besonders gut ist umgebaut und zwar ziemlich komplett umgemodelt und habe ich die lötkolben reingehängt es sieht alles nicht so toll aus das lichter war platzprobleme das teil ist ziemlich flach und die bauteile sind meist nicht kleiner zu bekommen deswegen ist es so ein bisschen komisch da so aber das ist alles betriebssicher mechanisch ist es auch alles fest und da zappelt und wackelt nichts rum das sieht halt einfach nur nicht so schön aus aber da das gehäuse nicht aus glas ist sondern aus druckguss und undurchsichtig ist es kein problem so jetzt kommen wir zu der eigentlichen aussage des videos weil ich mich für babbel mich ja immer sehr schnell wenn ihr euch ein kopfhörer kauft dann hört euch den vorher an und zwar persönlich schaut so dass er da am besten in den hi fi laden geht also geht nicht zum mediamarkt oder sowas wo dann diese große testwand ist wo verschiedene kopfhörer hängen und alle nuckeln mehr oder weniger an dem selben kabel rum und an derselben quelle na da kommt nicht viel an da könnt ihr höchstens und ganz ja da könnt ihr im prinzip nur beurteilen kopfhörer geht kopfhörer geht nicht aber so richtig eine klangliche einstufung oder für euch weil jeder mensch hört anders jeder ist eine individuelle sache kopfhörer ist eben für jeden unterschiedlich was er wahrnimmt das habe ich auch immer wieder bei den kopfhörer treffen gemerkt dass der eine nimmt das als bass stark war der andere sagt hat ja gar kein bass ja selbe gerät an derselben konstellation mit derselben musik völlig unterschiedliche eindrücke sind dabei rausgekommen und einstufungen von daher kopfhörer kaufen immer selbst hören und sich nicht rein quatschen lassen von irgendein von irgendeinem quatscher der da irgendwie erzählt er will ja nur das beste und das teuerste verkaufen hier das kann sein dass euch ein kopfhörer für für 99 euro viel besser zusagt als das top modell für 4000 oder so also das geld alleine ist in dem zusammenhang jetzt nicht der ausschlaggebende punkt es muss passen diesen k 701 denn das ist zum beispiel so ein beispiel denn empfinden sehr viele als ja langweilig fast schon zwar in den höhen sehr brillant und sehr offen große bühne aber im bass zu schwach zu wenig saft zu wenig druck zu wenig durchschlag ja aber das liegt halt daran dass der kopfhörer dann einfach nicht am richtigen kopfhörer verstärker betrieben wird oder im schlimmsten fall an gar keinen kopfhörer verstärker sondern direkt am receiver oder am verstärker oder am cd player oder am was weiß ich was am streaming player wenn das wenn das ding sowas hat direkt hier an der klinke 6 3er klinke oder mit so einem adapter teil da 3 5er klinke das ist zu schwach die dinge die sind in der regel nicht für den k 701 zu gebrauchen der k 701 braucht einfach eine gewisse energie und das kann halt nur einen gescheiten kopfhörer verstärker liefern sonst hat es keinen sinn und der kopfhörer macht keinen spaß legt man schnell wieder in die schublade oder verkauften und schreibt dann in die rezession kopfhörer k 701 hat kein bass und ist schrott und so aber das liegt einfach an dem mangelnden background wissen wie so ein teil überhaupt anständig und adäquat befeuert wird dass er spaß macht und wenn der anständig befeuert wird dann geht die sonne auf aber das ist nun mal nicht damit getan dass meinung den kopfhörer bestellt und reinsteckt in irgendeine in irgendeine buchse und dann aufsetzen das war's dann also da holt euch lieber einen teufel real oder sowas bei dem ist es weniger kritisch oder es gibt viele andere wo es auch weniger kritisch ist aber in der regel kann man sagen dass jeder ernsthafte oder die sagen wir mal die meisten ernsthaften kopfhörer sehr von einem guten kopfhörer verstärker profitieren also rechnet da ruhig auch noch mal einen gewissen betrag ein ich sage jetzt hier keine preise das kommt immer darauf an es bringt also nichts wenn ihr jetzt euch ein kopfhörer für für 500 euro kauft und ein kopfhörer verstärker für 80 euro das ist also nicht im verhältnis das bringt nichts da geht am liebsten am liebsten da geht am besten zum händler und lasst euch da beraten aber geht zum händler der jetzt nicht nur darauf aus ist irgendwie möglichst viel geld zu verdienen und euch dazu zu veranlassen einen haufen geld da zu lassen sondern das soll schon ein bisschen vertrauensverhältnis sein und da kriegt er dann anständige beratung also das ist ganz ganz wichtig und wenn jetzt alles stimmt dann ist es vielleicht noch ratsam vielleicht noch mal ein bisschen geld in die hand zu nehmen da kann ich jetzt mal eine zahl sagen hier ich habe für diesen smsl da wandler habe ich 80 euro glaube ich bezahlt neu sind made in china jetzt kommen wir zu dem thema made in china in dem fall dieses gerät kann ich nur empfehlen er rauscht dicht er klingt toll er funktioniert einwandfrei das ding hat keine aussetzer gar nichts und zwar ich speise den jetzt mit zwei quellen einmal vom cd player digital ausgang in dem fall koaxialer digital ausgang gehe also nicht über die audio ausgänge vom cd player da rein in den kopfhörer verstärker sondern das läuft im prinzip alles hier über diesen da wandler und die andere quelle ist halt eben usb vom pc da kann ich dann auch hd audio also high definition 24 bit 96 kilohertz oder noch höher der kann bis 24 bit 100 192 kilohertz glaube ich das ist seine höchste abtast rate die er da kann und das gerät ist auf jeden fall genial das fällt überhaupt nicht auf das macht sein ding es hat auch keine spielereien oder sowas dran man schaltet es ein und es funktioniert einwandfrei ich stream dann meistens hier mit dem fuba 2000 oder wie das programm heißt heißt es so ja ich glaube schon ja fuhrbar 2000 ist benutze ich ich habe hier eine vier giga festlatte da ist jetzt nicht nur musik drauf aber ein großteil musik die ganze cd sammlung mittlerweile sind die cds verkauft immer mal hier und da ein paar und hier und dadurch ist alles digitalisiert alle in wave damals und ein paar auch in flack also verlustfrei kein mp3 und dann auf die festplatte abgelegt mit cover und dem ganzen krempel dabei dass ich da halt wirklich das alles schön kompakt habe und damit stream ich daneben über den pc über usb hat direkt in diesen da wandler rein und vom da wandler geht es dann analog raus mit dem kurzen chinch kabel das ist glaube ich 50 zentimeter lang nehmen weniger 30 zentimeter lang das ist also ich ganz kurze chinch kabel geht es dann halt in den rega ihr umgebauten kopfhörer verstärker und das war es mehr ist es nicht also ganz relativ kurze kette keep it short and simple meine videos sind zwar nicht keep it short and simple sie sind meistens keep it long and complicated aber ja die mich kennen die wissen der odenwallsverklister quatscht ein bisschen viel in der gegend rum aber ich glaube ich habe es jetzt einigermaßen hingekriegt also meine message ist geht zum händler hört verschiedene kopfhörer und lasst es lasst euch da ruhig zeit entscheidet euch da jetzt nicht innerhalb von einer stunde oder zwei stunden sondern fahrt mal hin lohnt sich auch mal ein weiterer weg wenn er da also wirklich richtig geld in die hand nimmt und ein paar hundert euro da lasst dann würde ich das so machen fahrt hin lasst euch mal so eine auswahl was ein euren budget ist und auch ruhig mal was teureres ja das ist so eine kleine referenz vielleicht habt so ein top modell und hört das mal an und vergleicht es mal mit dem was in eurem budget so los ist den richtigen kopfhörer für die richtige person zu eruieren ist wirklich ein schwieriges unterfangen aber wie gesagt wenn ihr ein paar hundert euro ausgeben wollt dann geht zum guten händler nicht zu irgend so einem verkaufsgeier sondern geht zum guten händler der anständige hörbedingungen schaffen kann kopfhörer verstärker da hat vielleicht eine kleine auswahl an digital analog wandler da hat wenn er sowas noch wollt ihr könnt euch auch so den kopfhörer direkt mit dem kopfhörer verstärker am analog ausgang des cdplayers oder was weiß ich wenn er da ein bisschen oldschool zeit je nachdem direkt so betreiben aber ich mag die variationsvielfalt halt eben dass ich sagen kann okay ich kann einen klassischen cd player da digital reingehen in den d a wandle kann aber auch mit dem knopfdruck dann einfach meine musik stream über usb so ganz wie ich bock habe also das möchte ich euch mal heute so als tech video so ein bisschen hier näher gebracht haben und hoffe dass euch das video ein bisschen was gebracht hat ich werde mich jetzt dann gleich noch ein bisschen hin hocken noch ein paar takte musik hören mit dem 701 an dem umgebauten rega kopfhörer verstärker ich hoffe euch haben die bilder die so ein bisschen chaotisch vielleicht aussehen so von den innereien bissel gefallen wenn ihr da irgendwelche fragen habt was ist was und warum und wieso hängt das so zusammen und warum ist das so und da gibt mir doch mal so ein tipp für den kopfhörer was wird denn da würde ich euch davon abraten mich zu fragen wegen kopfhörer was ich euch da ja ich kenne eure hörgewohnheiten nicht ich kenne ich kenne eure ansprüche nicht ich weiß nicht was ihr da für präferenzen habt und so weiter und so fort deswegen wie gesagt ich wiederhole mich noch einmal und sage es noch einmal jetzt zum letzten mal geht zum händler okay verstanden geht zum händler eures vertrauens wenn ihr einen guten kopfhörer kaufen wollt und hört da bestellt nicht blind links im internet irgendwas zusammen außer ihr wollt euch halt auf das zurückschicken dann einlassen könnt ihr auch machen in dem man sagt ja ich bestelle jetzt mal zwei kopfhörer testet die ein paar tage bei thomann oder so was und schickt die dann wieder zurück das könnt ihr auch machen wenn es euch das wert ist irgendwie so aber ansonsten würde ich sagen fahrt lieber in den laden eures vertrauens und checkt es da ab als da irgendwie die deutsche bundespost oder wen auch immer da dauernd auf trab zu halten in diesem sinne wünsche ich euch was danke euch fürs zuschauen und ich hoffe ich konnte helfen wie gesagt wenn ihr fragen habt hier so ein bisschen allgemein dann immer her damit ich beantworte die dann sicherlich einigermaßen nach gutem gewissen und macht's gut bis demnächst rotenwalzer klässt mit einem ganz irdischen thema bis dann tschüss und das ist also